Gast geben, denn hier ist für euch ein Weltstar, eine Hollywood-Legende, Sieg mit mir! NAH! Aaaaah!!! Aaaaaah!!!!! Und das heißt, man muss auch mal auf dem Weg gehen, wenn wir gerade gehen, wenn wir hier viel zu erwähnen. Mein Alarm für den Regisseur des Films für den Zwei, David Leach. Ich würde mich gerne in die Gruppe stellen, die sehr vertreten, beziehungsweise in den Augenstationen, das ist ja klar, ich bin jetzt auf der Osten. Hier ist die großartige, herzlich willkommen Zazie Bietz!